Jack Royston glaubt, dass der Vertrag der Herzogin von Sussex bei der William Morris Agency das Blatt zu ihren Gunsten gewendet hat. Laut einem königlichen Experten war Meghan Markles Unterzeichnung bei der William Morris Agency, WME, einer der ermutigendsten Schritte, die sie machen konnte. Jack Royston, der für Newsweek über die königliche Familie berichtet, gab bekannt, dass die Unterzeichnung bei der Agentur, die andere Größen wie Matt Damon, Jessica Alba und Joaquin Phoenix vertritt, ihr eine neue Basis in Hollywood verschaffte, die für die Marke des Herzogs und der Herzogin von Sussex dringend benötigt wurde. Und obwohl die breite Öffentlichkeit die, greifbaren, Ergebnisse der Unterzeichnung sechs Monate später noch nicht sieht, sagt Royston, dass die langsame und stetige Herangehensweise an den Erfolg letztendlich Meghan Markles Gunsten nutzen wird, wenn man bedenkt, wie viel Empörung jedes Mal ausgelöst wird, wenn die Herzogin zu Gast ist stürzt sich kopfüber in ein Wagnis. In Bezug auf die Online-Welt sind sechs Monate eine kurze Zeitspanne, die man nutzen kann, um hinter den Kulissen mit dem Aufbau zu beginnen, sagte ein PR-Agent, der mit Hollywood-Stars zusammenarbeitet, zu Royston. Das wäre ein vernünftiger Ansatz gewesen, langsam hinter den Kulissen aufzubauen und herauszufinden, wer sie ist und wie sie rüberkommen möchte, denn sie hatte viel Durchhaltevermögen. Der fragliche Stab geht auf die Reaktion der britischen Königsfamilie auf Prinz Harrys Memoaren, Spare, zurück, die weltweit millionenfach verkauft wurden, aber die sprichwörtliche schmutzige Wäsche der Windsors, ausgebreitet, haben. Viele glaubten fälschlicherweise, dass Meghan Markle unangemessenen Einfluss auf Prinz Harry hatte, um die Memoaren zu veröffentlichen, eine Behauptung, die sowohl vom Paar als auch von historischen Ereignissen widerlegt wurde. Untertitelung des ZDF, 2020